hallo meine lieben ich plane jetzt in kommenden zeit meinen kanal umstellen und einiges auf meinen kanal verändern dafür brauche ich zeit und natürlich auch kraft es ist so dass ich kann nicht gleichzeitig machen lange videos und auch sozusagen auch den projekt voranbringen weil die videos zu erstellen nimmt viel zeit deswegen werde ich in kommende zeit nur schwarz machen bis ich meinen kanal umgestellt habe so wie ich das gerne möchte ja ich wünsche euch eine wunderbare zeit in diesem zeitspanne alles gute bleibt gesund bleibt in der mitte und ja wir machen das beste aus der situation alle ich wunsch euch gute zeit bis bald